Gibt es irgendwas in deinem Leben, was du überhaupt nicht kannst? Boah, das ist jetzt ganz schwierig. Ich wollte jetzt gerade singen sagen, aber ich habe im letzten Programm haben meine Puppen gesungen. Ehrlich, ich kann singen. Arbeizlos durch die Nacht. Cool, oder? Nein, falscher Text. Ehrlich? Ja. Wieso? Ist doch die Helena, Helena Angler. Fischer. Ist doch das Gleiche. Immer bitte.